Die deutsche Wirtschaft wird an einer Rezession nicht vorbeikommen. Auch in den USA und China sehen wir konjunkturelle Risiken. Gleichzeitig mehren sich aber auch die Anzeichen dafür, dass der Abschwung relativ sanft verlaufen könnte. Und weil auch die Inflation in Deutschland und den USA zuletzt etwas gesunken ist, stiegen an den Märkten zuletzt die Kurse. War es das also nun mit dem Bärenmarkt? Die wirtschaftliche Entwicklung war nach derzeitigen Daten durchaus besser als im Spätsommer zu erwarten war. Ein warmer Oktober sorgte in Europa für volle Gasspeicher und die Energiepreise fielen von ihren sommerlichen Spitzen. Die Wirtschaft in Deutschland wuchs im dritten Quartal um 0,4 Prozent und lag damit 1,3 Prozent höher als im dritten Quartal des letzten Jahres. Die US-Wirtschaft wuchs um solide 0,6 Prozent und Chinas BIP stieg sogar um fast 4 Prozent. Zugleich hängt allerdings eine Reihe dunkler Wolken am Horizont. Die Energiepreise in Europa sind trotz der jüngsten Rückgänge nach wie vor sehr hoch und die Ungewissheit über die zukünftige Versorgungslage ist ebenfalls hoch. Kein gutes Klima also für Unternehmen. Auch die Konsumenten sind verunsichert und ihre Kaufkraft wird durch die Inflation geschwächt. Die Leitzinserhöhungen in zahlreichen Ländern tun ihr Übriges, um die Kreditvergabe unattraktiver zu machen. Inzwischen ist daher sowohl in Deutschland als auch in den USA die Renditekurve invertiert. Also langfristige Renditen sind niedriger als kurzlaufende Renditen. In den USA war dieses Phänomen historisch ein verlässlicher Indikator für eine kommende Rezession. Da die Zentralbanken dennoch zunächst weiter die Leitzinsen erhöhen, werden vorübergehend auch die Anleihrenditen wieder steigen. Diese Kombination aus schwacher Wirtschaft und steigenden Zinsen ist unvorteilhaft für Aktien. Finanzmärkte sind zwar grundsätzlich schwer vorhersehbar, sie weisen gelegentlich aber doch typische Muster auf. Der US-Leitindex S&P 500 etwa ist im Frühjahr rund 20 Prozent unter den gleitenden Durchschnittspreis der letzten 200 Tage gefallen. Im Sommer erholte sich der Index wieder bis auf den Durchschnitt, nur um von da auf einen neuerlichen Tiefpunkt zu fallen. Ab Oktober begann dann der zweite Erholungsversuch des S&P und abermals erreichte er den 200-Tage-Durchschnittskurs. Hier scheint sich der Index derzeit erneut die Zähne auszubeißen. Der Weg des geringsten Widerstandes für die kommenden Monate ist daher abwärts gerichtet. Ökonomische Auslöser für einen Kursrückgang könnten die Zentralbanken werden. Den Währungshütern sind die jüngsten Kursanstiege und die ungebrochene Kauflaune der Konsumenten ein Dorn im Auge. Um die Inflation zu senken, muss nämlich die Nachfrage geschwächt werden und die Finanzierungskonditionen müssen sich verschlechtern. Die Zentralbanken werden daher den Wirtschaftsakteuren klar machen, dass die monetären Daumenschrauben weiter angezogen werden, bis die Inflation nachgibt. Es bedarf also mehr schlechter Nachrichten, damit die Aktienkurse nachhaltig steigen können. Wir bleiben daher sowohl im Aktien- als auch im Rentensegment taktisch untergewichtet. Das Gewicht der Region Asien-Pazifik erhöhen wir, auch wenn wir weiterhin untergewichtet bleiben. Die Ankündigung umfangreicher Maßnahmen zur Unterstützung der Wirtschaft durch Chinas Regierung sowie das versöhnliche Treffen von US-Präsident Biden und Chinas Xi Jinping dürften das Segment stabilisieren. Im Gegenzug senken wir US-Aktien auf neutral. Die Erholung der Kurse dort ist, ebenso wie im Euroraum, unseres Erachtens zu weit gegangen. Wir bleiben im Euroraum daher stark untergewichtet. Im Anleihesegment haben wir bereits im Oktober begonnen, Staatsanleihen guter Bonität überzugewichten. Wir erwarten für die kommenden Monate wieder steigende Staatsanleihrenditen und planen derzeit, diese Gelegenheit für weitere Zukäufe in Europa und den USA zu nutzen. Bereits jetzt stocken wir Anleihen von Schwellenländern auf und erhöhen deren Einstufung auf neutral. Bei Hochzinsanleihen bleiben wir hingegen untergewichtet. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. Bis bald.